Schatz, Platz, meine lieben Hunde. Ich mach's für alle fertig, geil, voll die Ordnung, du, 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 Papa. Ey, und du machst auch super Karriere, Mistwahl, du wirst Missschwampe 2000. Bitte lasst diese Ausdrucksweise. Da Carmen ist jetzt ein junges Fräulein. Die kennt solche Ausdrücke nicht. Ganz genau. Gleich nach der Werbung. Arabella mit dem Thema Eltern reden scheiße, oder was? Ey, da müssen wir gucken. Der Papa ist gleich im Fernsehen, ey. Eins, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Danke. Ey, ihr seid echt super kaum. Und das finde ich voll klasse, wenn man dich voll auf seine Familie verlassen kann. Dann ist sie los. Schau, das Donnen. Da stecken sie drum, da. Das Donnen, ja. Nein, nein, nein. Oh doch, mein Lieber. Sonst setze ich nie wieder ein Fuß in ihre Wohnung. Aua. Weil... Sie sind ja ja kein Frau mehr. Aber anders als du weißt, ja.